Ich denke mal, die roten Reifen können wir im Rennen wieder vergessen. Oh, hallo Claire. Aber erst mal die Zeiten. Claire, du hast es angesprochen. Zeit. Unsere Bestzeit auf den roten 1.34.719. Die Gelbreifenzeit von Mick war die schnellste 1.38.197. Unsere Gelbreifenzeit 1.36.433. Und damit hat oder seid's und willkommen zurück bei F1 2020. Qualifying aus Austin. Ich denke nicht, dass wir im Rennen überhaupt nicht mit den roten Reifen eine Einstopp-Strategie fahren können. Muss man vielleicht gezwungen zwei Stops gehen und dann wäre rot angebracht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, wir können auch mit gelb und weiß mit einem Stopp locker durchfahren. Ja, denken ist leider nicht wissen. Aber wir können es nicht wissen. Wir müssen unsere Erfahrung erst machen. Triebwerk ist ja zuverlässig. Ja, ja. Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Ja. Hat nichts mit Birne zu tun. Wohl liebens Birne, wer nicht draufkommt. Sie sollten sich lieber darum kümmern, was so über mich was geredet wird. Das ist ein Quatsch. Wenn über sie gesprochen wird, dann haben sie das verdient. Alle Teams arbeiten diese Saison sehr hart. Klasse. Das war dann alles. Klasse, wie sie das sagt. Hä, wer war denn da so in Weiß? War das Jeff? Wer steht da in Weiß vor unserem Wohnwagen? Wissen wir beide nicht. Boah, mir gefällt's. Ja, unser Hauptsponsor könnte eine andere Farbe haben. Und da auf dem Ärmel, die Franzosen. Aber mir gefällt dieses Rennanzug-Design sehr. Und dann auch noch auf der Kappe mit dem grünen Weiß. Sehr, sehr schick. Sehr schick? Naja. Bitte warten. Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich liebe diese Strecke, Jeff. Da kann ich dich sehr gut verstehen. Als hätte man Silverstone mit Yas Marina und dem Istanbul-Park kombiniert. Naja. Silverstone gehe ich mit. Abu Dhabi überhaupt gar nicht. Wo denn bitte? Keine 90-Grad-Kurven. Der erste Sektor am ehesten noch. Aus Abu Dhabi hier. Aber das war's auch schon. Also Jeff, da musst du nochmal endlich gehen. Istanbul-Park. Ja, schon eher mit der langgezogenen rechts. Da gibt's eine sehr langgezogene Linkskurve dort. Und überhaupt der Istanbul-Park. Tolle Strecke. Sehr tolle Strecke. Aber ich würde Austin eher als Hockenstone bezeichnen. Was ich ja schon mehrmals gemacht habe. Also der aktuelle Hockenheim-Ring. Und eben Silverstone. Highlight 3-fach Scheitelpunkt der Kurven 16, 17 und 18. Gut, wenn der Jeff das meint. Wir lassen Teile wechseln. Wir müssen hier gar nichts mehr gucken. Wir legen los. Regen soll es überhaupt nicht geben jetzt im Qualifying. Grün und Franzosen und Italiener davon auf der Fahrzeugfront als Sponsoren. So wie es sein soll. Auto-Einstellungen. Sprit muss geändert werden. 8,5 genau. Von 7,5 auf 8,5. Im Laufe des Trainings gegangen. Dann können wir raus. Mal gucken, ob die Sonne hier wieder auf der Gegend gerade blendet. So wie das Lichtschirm von rechts rein scheint. Rein scheint, denke ich, ist das gegeben. So, Batterie wieder voll aufnahmefähig. Das war noch der schraffierte Zustand von der Trainingsbatterie. Jeff sei leise. Geht in Ordnung. Wetter bricht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetter bricht. Der Regen. Wie die Sonne. Wie die Sonnenstrahlen auf der Zuschauertribüne rechts gerade aussah. Komisch. So, geblindet werden. Allen voran in Q2 dann. Jetzt fahren wir der Sonne entgegen. Mal gucken. Q1 war nicht so schlimm. Also man wird noch gar nicht geblendet. Kann sich aber noch ändern. Wenn wir ins Q2 kommen. Aktuelle Teilabnutzung. Ich zeig's bis ganz kurz. Denn ich muss jetzt auf die Schnauern hingehen. Keiner kommt wieder raus. Das ist schon mal gut. Aha, hinter uns. Hat er den Kurvenschädel verpasst. Ich weiß nicht. Was war das, was das? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Runde ist bisher ganz ordentlich, aber mal gucken was wir dann noch rausholen können in den nächsten Runden. Boah, ganz schön doll stehen lassen. Stück zweiter Außen eingefahren. Der weiße Balken hält locker für eine Runde. 34,5. Kommt wieder hinter uns raus, sehr schön. Und jetzt weit in. Das versaut jetzt mal eine Linie. Andere Zehntel langsamer. Eine Zehntelrückstand. Okay. 들어가, 2 zentel schneller aktuell 6 die runde fahren wir noch es kommt keiner hinter uns raus also wird die jetzt viel schneller viertel sekunde schon mal gewonnen jetzt auf die linie aufpassen hier wieder zweiter außen und zeitvorsprung von dreizehntel fast wieder eingebüßt jetzt andere tatschen durchgestammt hier 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 Was macht denn der da hinten? Das haben wir im freien Training schon die ganze Zeit gehabt. Ah, bin ich okay. Der war schon vorne, jetzt lässt er sich wieder zurückfahren. Verstehe ich nicht. Startes Konkurrent. Die Tribüne, das sieht aus. Auf der 7, aber ohne Zeitansage Nummer 13. Oh, kein DRS, muss ich den zu? Ja. Gut, dann müssen wir nochmal rausfahren und mit frischen Reifen eine Veränderung getanken. Generalprobe für Q2, obwohl wir da nicht mit dem Roten fahren werden. Auch gut, oder? Generalprobe. Ja, jetzt sah es wieder gar nicht so schlimm aus. In Q1 mit der Reifenabnutzung, aber ich will nicht mit dem Roten fahren müssen. Wenn es doch geben sollte, wenn wir das merken, dann können wir das ja nächstes Mal anders machen, aber... Ich möchte nicht mit dem Roten starten. Wenn, dann könnte man noch Rot und Weiß fahren mit Ach und Krach. Rot und Gelb auf keinen Fall. Ich tendiere ja schon wieder konservativ auf Gelb und Weiß. Zu Gelb und Weiß, aber naja. Box ist da. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Also wir betanken das Auto nochmal für eine Runde. Und dann geht's nochmal los. Wir sind ja auch noch vierzehntel schneller als die Bestzeit im Training und da habe ich eine Kackrunde hingelegt und... Insofern war das bisher noch nicht das Wahre. Ja, das dauert jetzt vier Minuten. Aber wer ja ist, geht da nicht. Weil wenn... Das ist ein deutlicher Zeitnachteil. Wenn wir jetzt... So lange warten müssen, rausfahren, das Ding ist immer noch kaputt, dann können wir die Runde knicken, wieder reinfahren, dann ist das Q1 vorbei. Und dann bestellen wir uns neue Teile, weil ob jetzt 17. oder 22. Wenn es überhaupt die 17. wird. Das macht keinen großen Unterschied. Äh... Was macht denn der Mick da vorne? Der ist sechstehntel vor uns. Verstehe ich nicht. Der hat doch auf der geradenen Heckflügel komplett eingeklappt, oder? Der will gerade eh Zeit haben zum Vergleichen. Gucken wir doch mal. Sektor 1 sind wir sogar schnell, obwohl ich denke, da verlieren wir am meisten Zeit. Hm. Oh. Fahren wir doch viel zu viel Flügel auf einmal, weil Mittelsektor katastrophal. Letzter Sektor wieder ganz gut. Mittelsektor, das ist ja praktisch Ende der S. Das ist eigentlich... Also wir auf der geradenen Verlierung, das kann doch nicht sein. Das ist ja schlimm, was wir da im Mittelsektor verlieren. Also es liegt weniger an den Kurven, es liegt halt am geradeaus fahren. Ach du Scheiße. Die haben im Training alle geschummelt, da dachte ich, wir sind viel zu schnell und habe mir Flügel drauf gepackt, wobei ich wäre auch mit 7.5 gefahren. Und das ist jetzt kein großer Unterschied von einer Sekunde, zum Beispiel im Mittelsektor. Hm. Nein, mal gucken, was meine nächste Runde bringt, wenn wir die hier vollumfänglich fahren können. Auch mit der S. Wir packen 6 Kilogramm ein. Und bekommen frische Reifen. Halbe Sekunde Unterschied. Bringt auf der geradenen aber nicht so viel Zeit. Ach, ich bin dem Spiel sowas von misstrauisch gegenüber. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob die Einstellungen stimmen. Null. Ich hätte jetzt nochmal den Frontvögel runtersteigen können. Ich meine, das können wir verändern, aber will ich nicht. Das macht nicht so viel aus. Auf der geradenen voran. Hatten wir den Fallschirm auf der geraden an, oder was? 17. 3 Minuten 40 Restzeit. Hätte vielleicht Sprit für zwei Runden mitnehmen sollen. Noch ein weiteres Kilogramm. Naja. Alles auf einer Karte. Oder wir können dann die Einrollrunde oder Inlab wirklich reinrollen, weil wir keinen Sprit mehr haben, wenn ich jetzt zwei fahren sollte. Ich bin mal gespannt. Nein, ist nicht euer Ernst. Was habt ihr jetzt denn da vier Minuten lang gemacht? Okay, wir erscheinen sehr wahrscheinlich aus. Oder ich zauber noch. Also diesen, ich schätze, einfach mal Fehler gab es schon in den letzten F1-Spielen. Wenn wir im Training und auch im Qualifying DS-Fehler hatten, haben wir teilweise ewig Zeit in der Box verbraten. Verbracht. Und es hat sich nichts am Fehler geändert. Gut, nochmal reinfahren, dann haben wir es auf jeden Fall verkackt, weil wir bleiben ja in der Zeit stehen. Ich probiere es, wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann nicht. Der S geht nicht. 300 Druckstand, 4, 5. Teile auch noch verbremst. Okay, nächste Runde nehmen wir auch noch mit. Vielleicht ist es die erste mit der Gans, aber die Runde kann ich knicken. Zeitlich passt es noch, 1,43. Dann ist der Wagen sehr leicht, der Reifen war aber nicht mehr so frisch. Das hier ist zweiter Sektor. Beim Anbremsen kann ich nicht so viel Zeit verlieren. Beim mal rausgeschleunigen glaube ich auch nicht. Wir verlieren einfach beim geradeaus fahren. Aber so viel, eine Sekunde locker. Oh geil, es geht wieder. Weil dann kommt er hier an, bremsen und wieder rausbeschleunigen. Und dann ist Sektor 2 ja auch schon wieder vorbei. Fahren wir eine Schikane mehr als die anderen? Aber schön, dass wieder alles zu funktionieren scheint. Jetzt muss ich noch eine brauchbare Runde hinlegen. Ansonsten sind wir raus in Q1. 1,6 Tankrunden. Dann ist es zweiter Außen. Dann ist es zweiter Außen. Mal einen Zettelvorlauf und die gerade kommt jetzt erst. 18-0 Schneller, Platz 8. Ich muss dann nochmal auf der Geraden auf dem Tacho gucken. Ist vielleicht dieser Bremspedalfehler im Spiel wieder da? Dass ich durchdrücke, aber es kommt nicht alles an. Der eigentlich behoben sein sollte. Hier sind in Anführungszeichen nur 3 Zehntel vom Mic. Aber 33,4 ist drin. Schön, dass Mic weiter ist. Das mal so nebenbei. Giovinazzi, Gasly, Grandjean, Magnus und Russell und Nativi sind raus. 33,7 muss wieder drin sein. Falls wir mit Roten fahren würden, machen wir aber nicht. Wir fahren jetzt definitiv nicht mit den Roten. Falls wir weiterkommen, äh, äh. 33,7. Hm. Fertig, bereit. Mic ist auch bereit, ich scheint. Ich werde es gleich mal in der Outlap testen. 333, 332 hatten wir mit Überholen im Training drauf. Ich schaue mal kurz hier nach. Jetzt überlege ich gerade wieder. Steuerung, Vibration, Force, Feedback. Das bearbeiten. Und jetzt Kalibrierung. 100%. Hm. Dann haben die alle im Training geschummelt. Jetzt sind wir in Absicht langsam gefahren. Ein Weinrotter hinter uns. Der lasse ich auf jeden Fall vorbei. Weil wir den Gelben drauf haben. Er wird schneller sein. So, jetzt will ich es mal testen. Schaffen wir wenigstens 330, auch ohne Überholen. Ja, das ist nicht das Problem. 330 sind drin. Also 33,7. Ich rechne 1,3 Sekunden drauf. Ja, hier ist Kies nicht gut. 1,35 sollte schon irgendwie drin sein. Das ist langsam 1,35 neu. Diese Kack-Qualifying-Regel. Wenn du ins Q3 kommst, musst du mit den Reifen starten, mit denen du im Q2 deiner Bestzeit gedreht hast. So ein Schwachfug. So, Konzentration. Nein, da kommt jemand raus. Boah, was macht der? Ich hatte Angst, der räumt uns ab. Deswegen habe ich jetzt so gezögert. Super. Super. Okay, der hört nicht nach. Das ist komisch aus auf der Tribüne. Könnte sich nicht einfach klar hinter einem positionieren, wenn die gerade aus der Box kommen? Oder einen klar und deutlich vorbeilassen? Was ist daran so schwierig? Gut, wenn ich an F1 2015 denke, wenn die KI blaue Flaggen bekommen hat oder einen Reifenschaden hatte, dann war ja absolutes Chaos. Dann gab es massiv Kleinhorz. Und dann sie jemanden vorbeilassen wollte. Allem voran immer sehr gerne in Kurven scheiteln. So lange ist das schon her. Vier Jahre. Fünf F1 2015. In F1 2016 war es glaube ich nicht so krass. Das war einfach in 2015. Na gut. Konzentration, ja, sowieso. Und hoffentlich keiner, der irgendwie näher auf kann. Nein, ich fasse es nicht. 1,9 Tank rum. Das wird eng. Was machen die denn? Ich sehe das. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Anderfach noch öffnen. Startes Team-Kollegen. Er ist auf Rang 5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,8. Boah, eine Zehntel hinter unserer Core 1 Zeit. Das ist viel zu schnell. Dieser Mick. Gut, bevor wir hier ganz groß ausscheiden mit gelben Reifen, ziehe ich dann doch nochmal die roten drauf, aber dann dürfen wir halt nicht zu schnell fahren. Nee, das schalte ich erst ganz zum Schluss um. Wenn der Wagen jetzt nicht leicht ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir mal freie Fahrt hier und ich verkack's, ey. Ich fass es nicht. Das ist viel zu schnell. 330 Sachen. Zufall ansteigen Ich fahr die Uhrung jetzt einfach mal zu Ende Viel Sprit haben wir nicht mehr 12 langsamer als gedacht So oder so Bei den Fahrern vor mir Auch nur 3 Zehntel vor uns Rechnen wir jetzt mal 1,3 Sekunden runter Dann stehen wir bei 34 33,9 Wir schaffen es nicht mehr in die Box Mit 0,1 Tankrunde Spätestens auf der Gegend geraten Haben wir da 0,0 stehen Jetzt schon Start das Teamkollege Er ist auf Rang 9 Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,8 Na gut dann fahren wir halt mit den roten Zuckel zuckel Ich gebe Vollgas Wir haben nicht mehr Sprit Weniger Luftwiderstand Yeah Es geht voll ab Strom noch dazu Oh Was das für einen Unterschied macht Wenigstens können wir Die Geschwindigkeit dann Wenn der Strom aus ist Halten Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde Der Tank ist leer Ich halte mich jetzt nicht zurück Mit der nächsten roten Runde Wenn wir halt weiterkommen Dann ist es halt so Dann müssen wir halt versuchen Auf rot und weiß Durchzufahren Vielleicht ist das sogar Die perfekte Strategie Dann werde ich gewissermaßen Zu unserer besten Strategie gezwungen Ansonsten sehen wir mal Stellt euch mal vor mit einem Pkw Hier mit 120 Sachen durch so eine Kurve Und das hier sieht gerade lahm aus Boxenstopp Okay wir können dich diese Runde reinholen Aber auch nur zwei Zehntel hinter der Eigentlich gedachten Zeit Die wir hätten fahren sollen Obwohl die erste Kurve so scheiße war Und hinten im dritten Sekt Hatte ich auch noch meinen Schlenker bei Der Vor der langgezogenen rechts In der Linkskurve Unser Rotreifenbestzeit 33,7 Wäre cool wenn wir damit Genau Elfter werden würden Ich werde definitiv bloß eine Runde fahren Wobei vielleicht habe ich wieder Irgendeinen Hänger drin Gar nicht mal zwingend wegen mir Und ich muss nochmal Ran Der Mic Gut im ersten Sektor hat sie viel Zeit verloren Aber im Mittelsektor nur 16 Im letzten wieder deutlich schneller Gehen wir von raus Alles fertig wir sind bereit Gut Rot bereifter schwarz gelber Rot bereifter aus feinster Rot bereifter Rosalie Immerhin wird uns wohl keiner Blöd aus der Box kommen Mic ist Zwei Autos hinter uns Der macht auch noch mit Das ist jetzt kaputt Offenbar nicht der Mic Gelbe Flaggen im Qualifying Sind sehr ungewöhnlich Meistens werden sie ausgelöst Weil wir gerade langsam fahren Weil wir jemanden vorbeilassen wollen Ich lasse den Rosalie noch vorbei Ich werde nicht genug Abstand auf ihn kreieren Und dann ist er zu mal dran Das gefällt mir nicht Jetzt wird er nämlich vorbei Es gibt ja selbst wieder Gas Noch zwei Minuten in dieser Session Du musst eine gute Runde fahren Oder wir scheiden aus dem Qualifying aus Aus Wir werden schon nicht übermäßig schneller Als der Rosalie sein Ich darf jetzt auch nicht den Alpha-Sauber Zunahein kommen lassen Und dahinter kommt ja der Mic Den will ich auch nicht beendern Abstand nach vorne passt Netz heißt Gas geben Deine Rundenzeiten sind langsamer Als die von Mic Mic ist schneller Mal sowas Schon mal auf die Reifenfarbe geguckt schon Achtzehntel Vorlauf Hui Keiner, ob sie mal in die Linie Habs vorher verkackt Boah, viel zu weit aus Nicht gut Beut uns jetzt der Weinrotter Auf der Geraden Weil wir halt da so lahm sind Oder wie? Nur noch 30 Sekunden In dieser Session Also der Alpha-Sauber ist auf jeden Fall schneller als wir Hier verliert er massiv Aber warum? Da fährt man nur Vollgas Hm 33,5 Elfter Geil Jawoll Haha Super Ah so Nimmt das ein schönes Ende Nimmt das ein sehr schönes Ende Mic ist weiter Hm Freut mich für ihn aber Ist eigentlich nicht so gut Vielleicht kann man trotzdem mit Rot und Weiß super fahren Aber wir hätten auch die Freie Möglichkeiten Mic Was ist denn mit dir los? Auf einmal Achter Gut Er hat ja auch einen super Wagen So ist es ja nicht Aber er kommt halt auch immer besser in Schwung Und das freut mich sehr Ausgeschieden Wir Und darüber bin ich sehr froh Quert der Carlos Norris Kimi und Ocon Gucken was Mic noch rausholt Wenn er jetzt nur 10. wird dann Hm Nicht so schön 9. jetzt auch nicht so schön 8. das wäre Der erste Platz in Ordnung wäre für Ins Q3 gekommen Gelb davon aber nicht aus Ausprobiert Äh nicht durchgezogen Sagen wir es so Ausprobiert schon Nicht durchgezogen Tja Mal gucken ob das so gut ist Dass wir hier auf der 11 stehen Denn der Mic scheint allgemein sehr schnell zu sein Ich bin sehr gespannt was das Rennen für eine Strategie bei uns Und bei den anderen hergibt Und Wo wir im Vergleich zum Mic landen werden Hm Ich freue mich schon sehr Ist ja auch eine tolle Strecke Und mal gucken wie es werden wird Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Und bis zum nächsten Mal